so ja ich habe eine kleine ankündigung zu machen und zwar wird sich in meinem upload plan radikal etwas verändern und zwar werde ich ab sofort pro woche nur noch zwei videos ließen das heißt jeweils ein spiel pro video das heißt mein kanal wird sich aktuell pro woche mit jeweils zwei spielen befassen wenn diese beiden spiele fertig released sind dann wird es die nächsten beiden spiele geben so wann das sein wird es im fall auf der woche muss ich noch gucken je nachdem wann ich gerade zeit habe und jetzt noch die frage warum ich plötzlich zu dieser radikal änderung gekommen bin das ist ganz einfach zu erklären und zwar wie ich finde sind zwei videos jeden tag doch sehr sehr viel zum angucken und da kann es auch sehr schnell passieren dass leute quasi rauskommen weil sie die aktuelle video auf morgen verschieben weil sie gerade keine zeit haben und dann schon neues da und so wird die zeit immer höher und höher und höher und das ist meiner meinung nach sehr problematisch deswegen habe ich mich dazu entschieden meinen vorrat so weit aufzuweiten dass ich da genug puffer für eine sehr sehr lange zeit habe und da ganz in ruhe quasi nach und nach ja mich um diese zwei spiele kümmern kann und was das release von streams betrifft ja da muss ich mir noch was einfallen lassen ich mir bisher auch privat gestellt und da muss ich mir noch überlegen wie ich das mache weil da sind ja momentan ich bin ja momentan twitch und was da gestreamt wird landet halt in meiner youtube bibliothek beziehungsweise es ist gleich in den playlist drin jedoch es steht auf privat gestellt ja das sind jeweils die momentanen änderungen meinem upload plan ich hoffe mein verständnis und ja dann bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal